Habt ihr das schon mal so gehört? Beim ECHO wüsste man das vorher so. Hab ich mal letztes Jahr gehört. Es kommt immer drauf an, wer in Prokurrenz steht. Wenn jetzt ein mega Tote Hosen oder so ein Mitnominier hast, da ist natürlich keine Schauersatz. Aber wir wissen es wirklich nicht. Das wären wir nicht hier. Aber ich hab Bock, dass ihr gewinnt, weil endlich mal normale Leute so. Find ich korrekt. Geil. Der echte Musiker war ja. Nee, das ist ja jetzt das Problem der heutigen... Da hast du da echt hoffentlich mal Probleme hier, da mal einen echten Musiker vor die Linse zu kriegen. Nee, find ich geil. Da ist man auch direkt so ein bisschen ehrfürchtig. Ja, find ich geil. Der Rest war Kanonenfutter. So schön gesagt. Nee ehrlich, ohne Scheiß, zieht durch ey. Geil. Machen wir. Weitermachen, geile Scheiße. Ey, machs gut.